Wie sieht ein umfassendes und ein zuverlässiges System für deine Lebensplanung aus? Das schauen wir uns heute an. Hi, ich bin die Dagmar von Imagine Notion und ich freue mich total, dass du mal wieder mit dabei bist bei unserer neuen Serie Lebensplanung in Notion. Und heute schauen wir uns das erste Mal das System Pillars, Pipelines und Vaults von August Bradley als Notion Live OS oder als Notion Lebensmanagement System an. Wir schauen heute einfach, was das eigentlich bedeutet, also warum heißt das Pillars, Pipelines und Vaults und wir schauen uns die einzelnen Elemente im Überblick an. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Episode, diese Episode, dass du dann einfach die weiteren Teile dieser Videoserie in dem richtigen Kontext verstehst und weißt, wie du die einzelnen Teile des Systems quasi, ja, nutzen kannst und wie sie sich in das Gesamtbild einfügen. Also freue ich mich, wenn du dran bleibst. Warum wir uns überhaupt die Mühe machen, ein Lebensplanungssystem in Notion aufzubauen, darüber habe ich im letzten Video schon ganz ausführlich gesprochen. Das werde ich dir mal hier oben verlinken. Aber trotzdem möchte ich nochmal das Ziel von den Pillars, Pipelines und Vaults ganz kurz darlegen. Und das ist gar nicht so schwierig oder komplex, sondern letzten Endes ist das Ziel dieses ganzen Systems, dass du wirklich das schaffst, was du dir vornimmst, egal was das sein mag. Also dass du wirklich zu der Person wirst, die du sein möchtest. Das ist einfach was, was wir ja alle irgendwie erreichen möchten. Und ein sehr, sehr guter Grund, da Zeit rein zu investieren, um für dich so ein Lebensmanagement-System in Notion aufzubauen. Über allem oder zentral in allem steht deine Vision für dein Leben und dein Warum. Genau aus diesem Grund, weil du musst erstmal wissen, wer du werden möchtest und was du erreichen möchtest, bevor du da losgehen kannst, bevor du Maßnahmen ergreifen kannst, um da hinzukommen. Allerdings ist es oft so, dass Leute da so ein bisschen eingeschüchtert sind von diesem Wort Vision und sich so denken, ja, ich habe doch gar keine Vision. Aber das kann auch was ganz Kleines sein, wie zum Beispiel, dass du einfach, keine Ahnung, 10 Kilo Gewicht verlieren möchtest oder mit dem Rauchen aufhören möchtest oder ein anderes Ziel. Und mit der Zeit ist es dann erfahrungsgemäß sowieso so, dass man sich immer, ja, mehr Ziele steckt oder dass man immer mehr dann auch vielleicht für sich entscheidet oder entdeckt, was man sein möchte im Leben, wer man sein möchte im Leben und sich die Vision auch so mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Deswegen hab jetzt keine Sorge, wenn dir das ein bisschen groß oder hoch gegriffen für dich und dein Leben vorkommt. Und wer weiß, vielleicht hast du ja schon auch eine große Vision und weißt genau, wo du hinlaufen willst, dann natürlich umso besser. Ich bin jetzt hier rüber an meinen Computer gehüpft und wie du siehst, siehst du noch nicht so viel, aber das wird sich gleich ändern. Und zwar möchte ich dir anhand von einem Flowchart dieses System Pillars, Pipelines und Walls oder auch kurz PPV erklären. Warum ein Flowchart? Weil das eine sehr, sehr gute Visualisierungshilfe ist, gerade für recht komplexe Zusammenhänge. Und das Tool, was ich gerade hier verwende, das heißt Whimsical und es ist ganz fantastisch darin, gute Flowcharts zu erstellen und auch Mindmaps. Also das kann ich dir sehr empfehlen und werde ich dir auch unten verlinken. Jetzt wollen wir uns aber wirklich anschauen, wie das PPV-System funktioniert und werde ich jetzt Schritt für Schritt dieses Flowchart aufdecken. Für mich steht ganz in der Mitte, wie schon erwähnt, die Vision und warum, damit du einfach weißt, wer du werden möchtest, wo du hin möchtest. Und dann kommen wir schon zum ersten Teil des Ganzen und zwar das sind die Pipelines. Du siehst jetzt hier immer einen Stapel von diesen Zylindern und diese Zylinder sind einfach Datenbanken in Notion. Das heißt, jeder Zylinder steht für eine Datenbank in Notion und die Pfeile hier sind alle Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Datenbanken. Das schauen wir uns aber dann nachher noch im Detail an und dann gibt es quasi in diesem PPV-System sogenannte Datenbankcluster oder Gruppen von Datenbanken, die irgendwie noch enger zusammenhängen. Aber insgesamt ist das ganze System ineinander verknüpft und das macht auch die Power des Systems aus, dass die Daten wirklich miteinander reden und miteinander kommunizieren und es keine redundanten Informationen gibt. Jetzt aber zu den Pipelines. Die Pipelines sind die Aktionen, die Handlungen in deinem System. Also alles, was sich irgendwie von A nach B bewegt und was dann auch irgendwann abgeschlossen werden kann. Und hier hast du jetzt vier verschiedene Datenbanken, die aufeinander aufbauen bzw. ineinander heruntergebrochen werden. Weil mit Zielen und Prozessen ist es ja so, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sie Schritt für Schritt wirklich runterbricht. Also ganz oben steht eine Vision und dann musst du dir überlegen, okay, welche Ziele brauche ich, um diese Vision zu erreichen? Das wäre hier die Datenbank emotionale Ziele. Das sind Ziele, die dich packen, die dich einfach leidenschaftlich machen, die du in deinem Leben erreichen willst, also die Aspirationen, Träume von dir sind und die du hier in dieser Datenbank emotionale Ziele dann festhältst. Wenn du diese runterbrichst, dann kommst du zum nächsten Level. Das sind die messbaren Ziele. Hier wird es jetzt schon deutlich konkreter. Das sind eher lang- bis mittelfristige Ziele, die letzten Endes, ja, schon greifbarer sind, messbarer sind, vielleicht auch ein bisschen an die Smart-Ziele dich erinnern könnten und wo du, ja, wo du einfach schon konkreter wirst in dem, was du erreichen willst. Also ein Beispiel für ein emotionales Ziel wäre zum Beispiel, dass ich führende Notion-Expertin im deutschsprachigen Raum werden möchte und ein messbares Ziel, was darauf einzahlt, auf dieses emotionale Ziel wäre zum Beispiel, dass ich 10.000 YouTube-Follower erreichen möchte, um dieses Ziel der führenden Expertin zu erreichen. Dann, danach kommen die Projekte, also deine messbaren Ziele, brichst du dann wieder herunter in verschiedene Projekte, die du dann innerhalb von einem oder mehreren Monaten erreichst und deine Projekte bestehen wiederum aus Aufgaben, die du innerhalb deines Tages wirklich dann erledigen kannst. Also Aufgaben dürfen für mich nicht länger als einen Tag dauern und du musst ganz konkret wissen, was habe ich jetzt zu tun, wenn ich diese Aufgabe anschaue. Aber das schauen wir uns dann auch noch im Detail an. Weiter geht's zum nächsten Teil des PPV-Systems und zwar, tadaa, den Vaults. Diesen gelben Bereich überspringen wir erstmal, den erkläre ich dir gleich. Jetzt geht's erstmal zu den Vaults. Also, Vaults, da dreht sich alles um dein Informations- und dein Wissensmanagement. Es geht darum, wie du alle Informationen, die irgendwie in deinem Leben wichtig sind, managst, sammelst, zum richtigen Zeitpunkt wieder auftauchen lässt, alle diese Dinge. Dafür haben wir hier fünf verschiedene Datenbanken, die auch wieder teilweise miteinander verbunden sind und wiederum verbunden sind auch mit den Pipelines. Diese Datenbanken sind einmal die Mediathek. Da sammelst du wirklich alle deine Blogartikel, deine Buchnotizen, deine Twitter-Threads, alles, was du sonst irgendwie noch anhörst oder liest oder siehst an Medien. Dann hast du hier einen extra Bereich für deine Kurse und Trainings, egal ob online oder offline. Gerade wahrscheinlich eher online nehme ich mal an, aber wir wollen ja hoffen, dass die Zukunft ein bisschen rosiger ausschaut. Dann hast du hier eine Datenbank für deine Notizen und Ideen. Die kannst du auch zum Beispiel für Meetings noch verwenden. Und du hast noch eine Datenbank für alles, was mit Tools und Skills zu tun hat. Also, wenn du zum Beispiel als Unternehmer mit Freelancern zusammenarbeitest oder es erwächst, dann kannst du Informationen dazu festhalten. Oder wenn du ein Fan von Online-Tools bist, kannst du da auflisten, welche du gerade nutzt und welche du gerne nutzen würdest und kannst da einfach alle diese praktischen Informationen auch in einer, ja, dafür geeigneten Datenbank festhalten. Und alle diese verschiedenen Datenbanken von der Mediathek bis zu den Tools und Skills laufen dann rein in deinen Kenntnisschatz. Und der Kenntnisschatz ist so etwas wie eine Master-Tag-Datenbank. Das ist ein Platz, an dem thematisch geordnet all dein Wissen zusammenläuft und dann ganz leicht zum richtigen Zeitpunkt wieder auftaucht. Das heißt, wenn du dich viel zum Thema Entrepreneurship beschäftigst, wenn du da Bücher liest, wenn du Online-Trainings dazu machst, wenn du Notizen dazu hast, die in Gesprächen auftauchen, dann kommen alle diese Ressourcen unter dem Tag Entrepreneurship in deinen Kenntnisschatz und du hast dann eine Seite, wo du auf all dieses Wissen gesammelt zugreifen kannst. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung des ganzen Systems. Und als dritten Bereich im Bunde haben wir die Pillars. Die Pillars funktionieren ein bisschen anders als die Pipelines und die Walls und deswegen habe ich sie mir an dritter Stelle aufgespart. Und zwar sind die Pillars eigentlich einfach eine Kategorisierung in verschiedene Lebensbereiche, die sich über die ganzen Pipelines und Walls hinwegziehen. Also da geht es nicht um deine Vision oder um deine Aspirationen, um deine Lebenswünsche, sondern es geht wirklich darum, dass du verschiedene Lebensbereiche für dich definierst. Ein Beispiel für einen Lebensbereich wäre zum Beispiel Freunde und Familie oder auch deine Business-Finanzen oder deine privaten Finanzen oder wenn du Content-Creator bist, deine Content-Produktion. Also all das, alle Bereiche, die dir wichtig sind in deinem Leben, die du aktiv bearbeitest, sind diese Lebensbereiche. Und das ist diese Segmentierung, die quasi stattfindet über die ganzen Pipelines und Walls. Also du hast bei deinen Lebensbereichen quasi für jeden einzelnen Lebensbereich ein kleines Dashboard, wo du dann wie ein kleines Fenster in diesen Lebensbereich in Notion hast und alle Informationen, die dazu relevant sind, dort auf diesem Dashboard siehst. Also zum Beispiel zum Thema Finanzen siehst du dann dort alle deine Ziele, die mit den Finanzen zusammenhängen, Projekte, die mit den Finanzen zusammenhängen, aber auch zum Beispiel Wissen, dass du zu diesem Thema Finanzen gesammelt hast, noch in verschiedenen Subkategorien. Und deswegen ist quasi dieser Hinweis, dieser gelbe Hinweis nochmal hier, weil das eben diese Pipelines und Pillars nochmal unterkategorisiert oder nochmal segmentiert. Und dann gibt es noch eine andere Datenbank, die den Pillars zugeordnet wird. Der August nennt das Ganze Pillar Support, weil diese Datenbank die Pillars oder dein Lebensfundament sozusagen unterstützt. Und das sind deine Gewohnheiten und Routinen, die du ja auch in irgendeiner Form definieren und irgendwo festhalten solltest und an denen du ja auch aktiv arbeiten solltest, um gewisse Dinge in deinem Leben zu erreichen. Also die gehören auch zu dem Bereich der Pillars mit dazu. Ja, und damit sind die wesentlichen Datenbanken für das Pillars, Pipelines und Vault-System in Notion auch schon komplett. Jetzt kommen eigentlich nur noch zusätzliche Bereiche für das System. Das sind einmal ein großer Bereich der Zyklen. Was du hier in diesen Datenbanken machst, ist, du stellst fest, dass in diesem Bereich der Pipelines wirklich alles so läuft, wie du möchtest. Du setzt dich nämlich in bestimmten Abständen hin und schaust dir einen bestimmten Ausschnitt aus deinem System an und schaust, ob da alles so läuft, wie du dir das wünschst und steuerst auch gegebenenfalls gegen, wenn das nicht so sein sollte. Und da siehst du schon, dass es insgesamt fünf Datenbanken gibt. Das fängt an beim täglichen Tracking, dann geht es rauf zu den Wochenreviews, dann gibt es noch die Monats-, die Quartals- und die Jahresreviews. Und wie gesagt, also die doppeln sich nicht in den Aufgaben, sondern die betrachten jeweils einen anderen Teil des Systems und sind auch teilweise wirklich in 15 bis 20 Minuten erledigt. Also es ist nicht so viel Arbeit, wie du vielleicht befürchtest, wenn du das noch nie gemacht hast. Und ja, das übergreifende Thema des Ganzen ist das, was ich auch schon im letzten Video erwähnt hatte, nämlich der Grundsatz des Lean Startup-Prinzip, nämlich Planen, Messen und Lernen. Also es geht um Tracking und aus seinen eigenen Daten und Erfahrungen auch zu lernen. Das ist ja eine zusätzliche Bereich. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich. Und zwar habe ich den jetzt einfach mal weitere Datenbanken genannt, weil er sehr darauf ankommt, wie dein Leben ausschaut und wie du Notion persönlich nutzt. Meistens sind das Datenbanken, die einen oder wenige verschiedene Lebensbereiche abdecken. Deswegen habe ich hier die Verbindung zu den Lebensbereichen eingezeichnet. Und Beispiele dafür wären eine Kundenprojekt-Datenbank, beziehungsweise ein simples CRM, dann eine Datenbank für Content-Produktion oder auch für mich als digitale Nomadin und ortsunabhängige, ganz, ganz wichtig, eine Datenbank zum Thema Reisen und Destinationen. Und alle diese Beispiele werden wir uns dann in den nächsten Wochen anschauen. Aber natürlich, wenn dein Leben anders ist, kannst du die entweder ganz weglassen oder durch andere Datenbanken ersetzen. Wichtig ist für mich nur, dass du weißt, dass dieses System auch wirklich sehr, sehr gut erweiterbar ist durch zusätzliche Datenbanken, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Und wie du jetzt hier schon siehst, ist das System extrem miteinander verknüpft und verbunden. Also es gibt viele verschiedene Relations oder Verknüpfungen zwischen den einzelnen Datenbanken, die es dir wirklich ermöglichen, von ganz vielen unterschiedlichen Orten aus auf deine Daten zu schauen und sicherzugehen, dass in deinem Leben wirklich alles so läuft, wie du das möchtest und dass du deinen Träumen und Zielen näher kommst. Das war mein Video zum System Pillars, Pipelines und Walls. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und ich hoffe, dass es dir vor allem gezeigt hat, wie umfassend dieses System ist und wie viel da auch in Notion möglich ist. Das schauen wir uns im Detail dann im nächsten Video an. Da geht es dann schon rein in Notion und wir schauen uns mal dieses System sozusagen von der Vogelperspektive aus an. Und dann kommt jede Woche ein weiteres Video zu einem Bestandteil des Systems, dann immer weiter ins Detail gehend. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch auch nochmal beim August Bradley vorbei. Der hat dazu zwei Videos auf Englisch veröffentlicht zum Thema Pillars, Pipelines und Walls. Die kann ich nur empfehlen und werde die dir in der Videobeschreibung hinterlegen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Like und über ein Abo. Das hilft mir einfach dabei, diesen Kanal weiter wachsen zu lassen und mehr Leuten bei ihrer Lebensplanung zu helfen. Und das ist einfach meine absolute Leidenschaft. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche und bis dahin habt wie immer einen wunderbaren Tag. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020